Hallihallo und herzlich Willkommen zurück bei ähm The Whispered World und ähm das letzte Mal mit diesen letzten beiden Steinen Ingo und Ralf kennengern und ich sag uns dass Shana hier in dieser Hütte in Anführungszeichen lebt ähm und hier soll Shana wohnen? wie soll denn das möglich sein? in der Tür hallo jemand zu hause? nichts natürlich nicht was habe ich auch erwartet äh weiß nichts sie ist eine Hexe oder eine Seherin also who knows na so wird das aber nichts was hat er gemacht? er hat versucht die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten so ein Grünschnabel da das ist ja mal sehr ein Aufschlussreiche Sache hier ähm verdammt ach herrje hat er es wieder auf dem normalen Weg versucht? ja das glaube ich ja nicht wir werden von allen ausgelacht so ein Grünschnabel wie gemein ähm so rum ah haha wo bin ich denn jetzt gelandet? sieh dich so dämlich sind wir nicht wie ist das möglich? Shana? hallo ist da wer? Zettel jede Menge Zettel was sind das bloß alles für Zettel? tut mir leid ich muss mich kurz bequemer hinsetzen ich gammle gerade so ein bisschen in den Sessel rum deswegen hört mir den vielleicht auch quietschen hier aufzuräumen wäre eine Lebensaufgabe und ich hab schon eine ja ein Sessel Shana scheint nicht zu Hause zu sein dann äh keine Ahnung hallo? Shana? hm keine Ahnung setz dich hin ich mach lieber keinen Unfug mit Shanas Sessel am Ende orakelt sie mir noch die Blaupotten an den Hals ja man kann ja jemandem auch etwas anorakeln weil es so gut geht und so oh oh ist das vielleicht ein Rätsel? ja aber vielleicht müssen wir das irgendwo noch Infos herkriegen noch ein Zettel in Globus gucken wir mal an der Herbstwald ist auf dem Globus nicht einmal eingezeichnet Corona ist weit entfernt und ähm ja die Welt und ich haben ein Kommunikationsproblem sie hört mir nicht zu und ich verstehe sie einfach nicht das war ein guter Spruch nein danke es fühlt sich auch so schon an als würde ich die ganze Last der Welt auf meinen Schultern tragen auch zu weinen geht ja gar nicht ha hier scheint nicht allzu viel los zu sein die Uhr haben wir abgecheckt und sonst was hat's noch? nix mehr nur noch die Zettel naja vielleicht ja reden wir doch mal mit den Steinies wer weiß magie Steinbrüder klingt wie ne neue Gangsterrap-Kuppe oder so sieh nur der Blauen ist wieder da du kannst mir ja viel erzählen ich war in Sharnas Hütte aber sie ist nicht da ich war in Sharnas Hütte aber sie war nicht da wieso wie spät ist es denn? keine Ahnung was tut denn das überhaupt zur Sache? was das zur Sache tut fragt er so ein Kutschnabel ach Ralf woher soll er das denn auch wissen? woher soll ich was wissen? Sharna ist ein Orakel ein magisches Wesen aus einer anderen Welt man trifft sie nur zu bestimmten Zeiten an um halb eins Quatsch doch nicht um halb eins du Idiot aber irgendwas passierte doch um halb eins nichts passiert um halb eins um halb eins bekommt man höchstens mal einen ersten kleinen Hinweis darauf wann Sharna auftauchen könnte und wann taucht sie jetzt auf? um das herauszufinden wartest du besser bis es halb eins ist, oder? ich hasse euch ja, aber wirklich bis später du weißt ja wo du uns findest wir sind Stein müssen wir es jetzt jedes Mal separat machen ich habe ja gedacht das würde es nach dem ersten Mal automatisch machen hallo nein, 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 nein nein, nein, nein geh nach hinten alter ist das nervig so dann stellen wir die Uhr halt mal auf halb eins was haben wir jetzt Minutenzeiger Minutenzeiger hallo ja das ist gut wo ist der Stundenzeiger? ich sehe ihn gerade nicht nein, es ist okay so nee, das passt schon hallo warum kann ich die mal rauswählen? wo ist denn der Stundenzeiger hin? ähm, hallo? was soll ich dat werden? halb eins aber ich hatte nur noch einen Minutenzeiger ach du Scheiße das verstehe ich jetzt nicht ganz Zifferblatt? ja ähm, hallo Leute was wird das hier? wo ist der Stundenzeiger? alter Knopf Minutenzeiger kein Stundenzeiger was soll dat denn bitte jetzt? das verstehe ich nicht Alter wisst ihr was? ich verstehe das nicht ganz ich gehe nochmal kurz aus der Hütte raus und dann wieder rein und hoffe mal dass das was bringt ich will mir jetzt das angeht nicht ganz so sicher bin geh mal da hinten hin dann gehen wir da rein das ist aber eigentlich eine geile Idee dass man nur so reinkommt wenn man von hinten also verkehrt darum sozusagen durch die Tür geht hier ist immer noch der ersten Minutenzeiger hier gibt's gar keinen stundenzeiger aber ehrlich ehrlich mal ehrlich was soll dat denn? ist der irgendwie runtergefallen oder? das verstehe ich nicht das verstehe ich absolut und rein gar nicht hat das vorhin schon keinen Stundenzeiger? ich weiß das gar nicht können wir das Messer als Stundenzeiger? das sollte ich mir lieber erst einmal genauer angucken bevor ich daran herumhandiere ja ich höre auf ähm dü 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 Messer nö ne Gräte ah altklar das macht natürlich sehr viel Sinn wah es geht nie ab dann nehmen wir mit wahrscheinlich nicht das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier da steht eine kurze Nachricht drauf einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun hä was soll denn das heißen? das ist eine gute Frage liebe Freunde einen schlafenden Riesen was haben wir für schlafende Riesen gesehen? vielleicht der Baum? vielleicht die Spinne? ah das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht jetzt hab ich's kapiert jetzt hab ich's kapiert ähm unser Zugtier das schläft doch äh ups stand da nichts irgendwas auf dem Zettel oder so? Bruno war schon 12.15 Uhr könnte das jetzt ist ja 12.30 Uhr dann stellen wir mal auf 12.15 Uhr und gucken was passiert und gucken was passiert jetzt noch ein Zettel jetzt scheint das Licht auf diesen Zettel hier da steht die Farben kommen zurück in die Welt ja jetzt ist es einfach hm weil jetzt ist mir klar dass wenn das funktioniert ist klar dass alles mehr oder weniger wahrscheinlich auf diesem Zettel steht ähm was könnte es sein Philipps Alphabet ähm vielleicht das der Probebeginn bei Sonnenaufgang klingt mal nicht schlecht versuchen wir mal das das ist 5 Uhr 5 Uhr 30 ne das ist nicht so stimmt DING AAH ALTER WER RUFT MICH jetzt bist du für ein hässliches Viech oh das das war wohl ich er soll näher treten ich sehe nur ein Kind in einem Clown was das alles so schnell auffällt ich bin Schausteller der Schausteller hat sich verlaufen mein Name ist Sedgwick und ich habe mich nicht verlaufen ich suche nach Schana ich bin Schana ja das hab ich mir schon irgendwie gedacht denken kann er also auch und trotzdem ist er hier wo er nicht hingehört er darf vorerst sprechen was will er von Schana wer schickt ihn ähm ein Chaski namens Bobby schickt mich ein Chaski namens Bobby schickt mich der Clown redet Unsinn die Wege der Schaski sind gefährlich kein Schaski wäre so verantwortungslos ein unnützes Kind für seine Sache einzuspannen vielleicht bin ich ja nicht ganz so unnütz wie ich aussehe er zweifelt an seiner eigenen Rede für wie nützlich hält er sich denn naja es stimmt schon dass ich häufig Dinge fallen lasse ich bin auch nicht so stark und sportlich wie mein Bruder genau genommen gibt es nichts was er nicht besser könnte aber das reicht ich habe genug gehört wenn es diesen Chaski tatsächlich gibt möchte ich persönlich mit ihm reden warum kommt er nicht selbst sondern schickt ein unnützes Kind ähm Schnauze er wurde von den Askil überfallen er wurde von den Askil überfallen die Aski sind noch nie bis in den Herbstwald vorgedrungen steht es denn wirklich schon so schlecht um diese Welt das ist tatsächlich beunruhigende Kunde und nun kannst du ihm nicht irgendwie helfen wenn er tatsächlich ein Schaski ist dann kann er sich selbst helfen ich finde dass die Stimme überhaupt nicht zum Model passt bei ihr tut mir leidens bin ich schon wieder ans Mikro gekommen aber ihre Stimme passt überhaupt nicht zur Zeichnung finde ich jetzt das sieht seltsam aus der Schaski hat ihm eine wichtige Information vorenthalten Schana deutet Träume für wichtige Personen nicht für Klaus aber meine Träume haben etwas zu bedeuten aber meine Träume haben etwas zu bedeuten es ist nicht an ihm das zu entscheiden na gut dann sag du mir doch einfach ob sie etwas zu bedeuten haben oder nicht ich meine du bist doch die Expertin ich bin ein Orakel ich sehe Dinge bevor sie passiert sind dass ich einen Clown tröste der schlecht geschlafen hat sehe ich nicht Alter ist alles so unfreundlich zu uns ich bin nicht als Clown hier ich helfe Bobby bei seiner Mission er hat mir sogar den Flüsterstein anvertraut was sagt er da? der Flüsterstein ist hier im Herbstwald? er soll ihn zeigen nun ich habe ihn nicht direkt parat Unglückseliger Tollpatsch der Flüsterstein ist ein äußerst wichtiges und mächtiges Objekt er muss auf der Stelle zurück zum Palast gebracht werden was passiert wenn der Flüsterstein nicht nach Corona gebracht wird? was passiert denn wenn der Flüsterstein nicht nach Corona gebracht wird? der Flüsterstein ist ein mächtiges Objekt das sagtest du bereits solange der Stein nicht an seinem Platz im königlichen Palast ist ist das Gleichgewicht der Welt außer Kraft diese Welt wird zugrunde gehen wie in meinem Traum der Clown hat vom Ende der Welt geträumt? ja dann war es kein Traum, sondern keine Vision das versuche ich dir doch schon die ganze Zeit zu sagen nur sehr wenige Menschen können das Ende im Traum sehen ich muss mehr darüber wissen ich spüre, dass sich in diesem Traum eine mächtige Prophezeiung verbirgt dann wirst du mir also sagen, was er zu bedeuten hat, ja? ja, aber es wird ihm nicht gefallen ist das schon Teil der Prophezeiung? mit übernatürlichen Kräften herumzuspielen ist keine Zirkusnummer er wird Dinge hören, die nie für menschliche Ohren bestimmt waren ich höre jede Nacht Bens schnarchen, mich kann nichts mehr schocken der Clown glaubt, ihn könne nichts mehr erschüttern er ist ein Narr was hat mich verraten? er nimmt es nicht ernst es könnte ein Fehler sein, ihm sein Schicksal zu offenbaren nein, nein, ich bin ja schon ganz ruhig es tut mir leid, ich bin nur aufgeregt bitte rede weiter also gut er soll mir seinen Traum in allen Einzelheiten berichten naja, da ist erst einmal diese Felsenlandschaft alles ist zerstört ich laufe so schnell ich kann denn die Felsen geben unter meinen Füßen nach da bemerke ich plötzlich ein blaues Licht und ähm hallo, Shana? Shana, du du wirkst plötzlich etwas äh, weiß auch nicht seltsam verkrampft entdrückt nicht übel irgendwie schräg, aber okay, genug davon das wird jetzt schon ein wenig unheimlich äh, ist das bekloppt? auch Ja Stf5 diese Welt ist im Untergange begriffen wie die Welt aus deinem Traum wird auch sie verfallen du Stf5 hast das Schicksal dieser Welt in deinen Händen oh okay und du wirst derjenige sein, der diese Welt zugrunde richtet Was? Es ist dein Schicksal, diese Welt zu zerstören. Was? Nein, nein, stopp! Shana, nein! Du musst dich irren. Hey, du warst noch nicht fertig. Ich soll die Welt doch bestimmt... retten. Oder wie? Das war eine mächtige Vision. Was habe ich erzählt, als es war? Ja, das sollten wir nochmal besprechen. Vielleicht später? Der Clown muss mir erzählen, was ich ihm prophezeit habe. Ja, ist ja schon gut. Irgendwann muss es wohl raus. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt zerstören. Okay. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt... ähm... Ja? Du hast mir gesagt... oh, ist das schwer. Es kommt mir einfach nicht über die Lippen. Noch am... okay, das fängt ja schon mal gut an. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt... äh... Was hat der Clown? Was will er mir sagen? Hm. Okay. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt retten. Ach, ja? Ja, die Welt retten. Das waren deine Worte. Aber ich weiß nicht so genau, wie ich das anschauen soll. Nun. Okay. Er ist im Besitz des Flüstersteins? Ja, ähm... irgendwie schon. Dann ist die Aufgabe klar. Der Flüsterstein muss nach Corona gebracht werden. Zum Schloss des Königs. Okay. Und dann wird die Welt gerettet. Und nicht zerstört. Richtig? Ja. Wie in der Prophezeiung. Okay, wie komme ich denn nach Corona? Es tut mir leid übrigens, ähm... Hier ist einfach sehr viel Dialog, da rede ich nicht so viel, aber... Ja. Ich hoffe, das stört nicht übermäßig, aber ich habe keinen Bock, die ganzen Dialoge zuzulabern. Was soll ich nochmal denn? Jetzt wissen wir, wie komme ich denn nach Corona? Wie komme ich denn nach Corona? Das ist doch garantiert ewig weit weg. Und ich weiß nicht einmal, in welche Richtung ich muss. Ja. Der Clown wird Hilfe brauchen. Er darf keine Zeit verlieren. Die einzige Möglichkeit ist, Kalida zu finden. Kalida wird ihn nach Corona bringen. Kalida? Wer ist das? Noch ein Orakel? Ich hoffe, sie ist nicht genauso schwer zu finden. Kalida wohnt in der Mitte des Sees. Auf der Insel? Wie soll ich denn da hinkommen? Es ist niemals einfach, sein Schicksal zu erfüllen. Ähm, hast du dich schon mal geirrt? Hast du dich schon mal geirrt? Noch nie. Die Prophezeiungen werden nicht immer, aber nicht immer so, wie man es sich vorgestellt hat. Es gibt also einen gewissen Interpretationsspielraum? Worauf will der Clown hinaus? Ach nicht. Kannst du nicht den Stein nach Corona bringen? Kannst du nicht den Stein nach Corona bringen? Ich meine, das ist ja wohl kaum eine Aufgabe für einen Clown, oder? Die Verantwortung ist groß, aber die Prophezeiung irrt nicht. Was habe ich bloß angerichtet? Alles geschieht nach einem Plan. Sorgen sind unnötig. Am Ende wird der Clown die Welt retten, wie es ihm prophezeit wurde. Ja. Hehe. Das macht Mut. Wie komme ich denn zur Insel? Wie komme ich zur Insel? Ich kann dem Clown auf seinem Weg nicht helfen. Aber er ist der Junge aus der Prophezeiung. Er wird ein Licht finden, das ihn leitet. Ein Licht? Was für ein Licht denn? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Ist das beim Baum oder beim... Ich nehme an, es ist beim Baum oder beim... Äh... Bei der Höhle da. Ähm... Ich glaube, ich weiß jetzt... Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Abhauen. Jetzt liegt alles in den Händen des Clowns. Er ist unsere letzte Hoffnung. Das... Hört sich ja gut an. Ach du Scheiße. Ähm... Ich sehe, es ist wieder mal Zeit für einen kleinen Cut. Dann sehen wir uns später. Tschüss. Tschüss.